Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Dictis Deep Dive Podcasts. Mein Name ist Luca, ich bin Head of Marketing bei Dictis. Und mein Name ist Nico, ich bin der Sales & Network Manager bei Dictis. Und wir quatschen heute über Paid Advertising für Musik. Also super umfassendes Thema. Und wir haben jetzt gerade schon gequatscht, was wir mal mit reinbringen wollen oder auch nicht. Und haben dann schlussendlich irgendwie beschlossen, wir quatschen jetzt einfach das, was uns einfällt. Einfach mal loszulegen, weil ich glaube, das ganze Thema ist ja doch relativ weit umfassend. Und es gibt super viele verschiedene Bereiche, die man da glaube ich ansprechen könnte. Aber ja, lass uns doch gerne einfach mal direkt loslegen. Ich denke, das ist ja auch eine Frage, die uns relativ häufig auch gestellt wird. Dich wahrscheinlich im Onboarding-Prozess, was wir da als Vertrieb leisten oder empfehlen können auch. Und mich jetzt vielleicht auch primär als Label-Manager in meinem täglichen Umgang auch mit den Labels. Und das ist ja doch auch eine Frage, die glaube ich wirklich jeden interessiert. Was ist aktuell auch so das Tool oder der Weg, um die Musik an den Mann, an die Frau zu bringen? Und was ist so deiner Meinung nach aktuell zumindest so das Reichweitenstärkste oder das vielleicht auch auf der anderen Seite das Günstigste, wo man viel Reichweite für relativ wenig Geld noch bekommt? Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also grundsätzlich ist in meinem Kopf immer noch Facebook, Instagram, Meta insgesamt der König dieses ganzen Paid-Advertising-Games. Ganz einfach wegen den verschiedenen Targeting-Optionen, die es eben auf anderen Plattformen wie Google zum Beispiel zwar anders gibt, aber häufig nicht ganz so detailliert mit dieser Zielgruppengröße. Und ich denke, man muss sich bei diesen ganzen Ads ein bisschen auch den Kopf über diese Sinnhaftigkeit machen. Weil als ich angefangen habe, Musik zu machen, war häufig so der Gedanke, okay, ich pumpe da jetzt ein bisschen Geld rein und dann läuft das schon. Und das hat auf Facebook vor allem früher schon auch funktioniert. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Come Home von Nico Santos und Topic? Home, glaube ich ja. Genau, Home heißt die Nummer. Ich weiß noch, die hatten da dieses Video genommen, Let me come home to you, mit diesem Mega-Hook. Und das war all over the Facebook-Feed, überall. Und das war so diese erste Kampagne, wo ich so dachte, oh shit, das funktioniert ja wirklich. Also klar, man weiß nie, was jetzt wirklich dahinter steckte, aber für mich damals in meinem Kopf und heute auch noch in der Rückschau war das, hey, die haben da ein bisschen Geld drauf gepumpt und auf einmal ging das Ding halt steil. Und jetzt muss man dazu sagen, früher hat das noch ein bisschen besser funktioniert. Früher war der CPC, also Kost per Klick, praktisch die Kosten, die Leute zu erreichen, auch der CPM, Kost per Milli, also auf die tausend erreichten Personen, deutlich, deutlich geringer in den Facebook-Ads, in den Instagram-Ads. Insofern war es schon ergiebiger gewesen, aber heutzutage ist es schon auch noch eine wirklich, wirklich tolle Option, eben weil die Zielgruppe einfach da ist. Jetzt macht man es heute nicht mehr so sehr im Facebook-Feed, wie man es früher gemacht hat, sondern geht eben dann auf die Reels oder auf die Instagram-Stories. Es sind ein paar Plattformen dazugekommen jetzt in der Zwischenzeit. Schauen wir mal, was auf Threads passiert in der Zukunft. Aber ja, man sieht ja auch diese ganzen Playlist-Ads und so, die laufen ja auch in den Storys irgendwie hoch und runter. Was ich aber sagen will, ist, ich glaube, man braucht eine langfristige Strategie dahinter, so wie mit allem nun mal. Und um zu dem Punkt nochmal zurückzukommen, es ist halt nicht so wie früher, dass du ein bisschen Budget reinhaust und dann nimmt es schon die eigene Fahrt auf, so scheint es leider einfach nicht mehr zu sein, sondern heute braucht man diesen langfristigen Plan, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine Initial-Kampagne auf einer Single zum Beispiel. Und das reicht dann aber nicht. Du musst dann auf die nächste Single wieder eine Kampagne schalten, die dann auch die alte Zielgruppe bespielt und auf die nächste Single eine neue Zielgruppe und die alten Zielgruppen. Und so wächst diese alte Zielgruppe immer zu einer festeren Fanbase, Fanbase, Fanbase. Und dadurch, dass man auch immer neue Zielgruppen bespielt, kommt auch immer so ein neuer Pool an Leuten mit rein. Und dementsprechend glaube ich, dass sowas so eine langfristige Strategie sein könnte. Aber heutzutage gibt es ja jetzt auch noch andere Optionen. Wir könnten über Google sprechen, wir könnten über Spotify Marquis sprechen oder eben den neuen großen Player TikTok und ByteDance. Ja, aber vielleicht nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist auch empfehlenswert, da vielleicht auch die ein oder andere Stunde mehr dann auch zu investieren in den Ads-Manager. Also verglichen jetzt zu damals gibt es ja doch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten jetzt. Ja, so zwei, drei. Und die haben ja dann doch eine relativ große Auswirkung auch auf die Ausspielung deiner Kampagnen. Dementsprechend, ich glaube, auch da lohnt es sich einfach, die Zeit zu investieren, auch die Zeit in Tests zu investieren. Sei das jetzt in verschiedene Kampagnen-Einstellungen, aber eben auch in verschiedene Assets. Weil wir schalten ja auch bei uns Werbung über den Ads-Manager von Meta. Und wir haben ja auch relativ schnell gemerkt, wie dramatisch die Unterschiede eigentlich sind dann zwischen einzelnen Assets. Und das Verrückte ist ja auch oftmals, die eigene subjektive Einschätzung tut gar nichts zur Sache. Weil am Ende oftmals dann ein Asset viel, viel besser performt, was vielleicht auch deutlich einfacher jetzt, ich sage jetzt mal, in der konzeptuellen Realisierung war, wie jetzt vielleicht das super ausgereifte, hochproduzierte Asset, was irgendwie mehrere Stunden gedauert hat. Da hatte mir deine Aussage auch geholfen, du hattest irgendeine Analogie gebracht mit irgendeiner Fernsehwerbung, wo jeder immer denkt, führ das gerne mal aus, weil das ist ein gutes Beispiel dafür. Also ich hatte das auch irgendwo aufgeschnappt, da hat auch ein Werbeexperte gesprochen und hat gesagt, hey, Unternehmen müssen heutzutage auch ganz anders denken. Früher hatte man eher so in TV-Werbung gedacht, hochproduziert, super ausgereift, qualitativ hochwertige Bilder etc. Einfach um Aufmerksamkeit irgendwie zu erzeugen bei den Leuten, die es anschauen. Aber heutzutage muss man ganz anders denken, weil dein Video, dein Werbevideo wird ja in dem Feed ausgespielt zwischen dem ganzen anderen User-Generated Content, der da sonst eben auch stattfindet. Und die Leute, die wollen im Endeffekt ähnlichen Content auch als Werbeanzeige ausgespielt bekommen. Die wollen nicht mehr dieses gebrandete Werbeanzeigen-Video sehen, sondern die möchten einfach abgeholt werden auf einer viel, viel persönlicheren Ebene. Das ist gar nicht mehr so diesen Werbecharakter hat dein Video oder dein Asset, was du ausspielst, sondern eben sich analog praktisch zu dem Content, der auf der Plattform auch sich bewegt. Das ist einfach nicht zu sehr raussticht. Also ganz faktisch bedeutet das in unserem Fall zum Beispiel, wir hatten ein mega geil produziertes, tolles Werbevideo für unsere Playlist. Unser Social-Media-Mann Marvin hatte was echt Cooles gedreht, sah wirklich killer aus und dann haben wir es laufen lassen und es lief gut, aber Testing ist natürlich so ein Ding. Man testet einfach verschiedene Assets gegeneinander und uns ist eben aufgefallen, dass viele der großen Kuratoren und viele der großen Labels haben halt Werbung für ihre Playlist laufen. Da denkt man so, naja, ich weiß nicht. Also sehr, sehr, sehr rough und dann dieser TikTok-Text irgendwie drüber mit diesem weißen Rand drumherum und irgendwie einfach ein Video, wo durch diese Playlist gescrollt wird. Und das war ja auch unser Impuls, halt zu sagen, naja, ich weiß gar nicht, ob das unser Anspruch ist, aber Anspruch ist halt nicht das, worum es bei Werbung geht, sondern schlussendlich dann doch einfach Statistik und Preis. Und dann haben wir es probiert und der CPC ist halt dann doch dramatisch gesunken. Und während das natürlich im kreativen Herz total wehtut, ist das, glaube ich, einfach eine Realität, der man da irgendwie ein bisschen ins Auge blicken muss. Und das Coole ist ja, du siehst ja relativ schnell auch, also da reicht ja teilweise ein, zwei Tage schon aus, um da so eine Tendenz auch festzustellen, hey, welches Asset performt besser. Also sprich, man muss da jetzt auch keine hunderte von Euros ausgeben, um überhaupt mal diese ganzen Tests im Vorfeld vielleicht zu fahren. Klar. Genau, und was wir ja auch festgestellt haben, dass so absurd das ja klingt, dieser Meme-Content ja als Werbeanzeige ja schon am besten funktioniert, auch wenn es natürlich, glaube ich, alles sich in einem sehr, sehr grauen Bereich... Ja, Copyright-technisch ist das schwierig, wenn der Bart Simpsons zu unseren Tracks tanzt. Richtig, ja. Deshalb machen wir es ja nicht, aber wir wissen einfach, dass es funktioniert. Es gibt ja auch, das hatte ich damals bei dir ja aufgeschnappt in deinen kurzen Shorts, du hattest ja auch eine Zeit lang, oder ich mache es ja, glaube ich, immer noch... Ein bisschen was gepostet, ja, ja. Genau, wo du ja so ein paar Tipps auch darüber gegeben hast und da hat dich das ja auch aufgeschnappt, dass du ja auch spionieren kannst, mehr oder weniger, was andere Unternehmen und Künstler oder Accounts schalten für Werbung und für Werbeassets. Und das fand ich super hilfreich, weil du ja halt einfach sehen konntest, okay, wenn das jetzt ein Riesenkanal ist, der vielleicht schon über mehrere Jahre Werbung schaltet, die schalten nicht umsonst dieses Asset, sondern die haben das wahrscheinlich auch im Vorfeld relativ lange getestet. Ja, klar. Im Falle von einer Playlist zum Beispiel. Wir wollen jetzt eine Playlist bewerben oder wollen eine Single bewerben, dann würden wir uns eine Playlist oder Single raussuchen, die befindet sich in unserer Nische und hat eben dieses Wachstum, das wir uns wünschen. Dann geht man in die Facebook Ads Library, was eben dieses geheime Spy-Tool ist, ist gar nicht so geheim, eigentlich ist es dazu da, dass praktisch der Markt offen ist und jeder gucken kann, wer schaltet welche Werbung. Das hat jetzt nicht alle Details, aber ein paar wichtige Details, da würde man dann praktisch nach der Seite suchen, nachdem man einfach gucken möchte, was haben die für Werbung laufen, was haben die für Assets, für Videos, für Bilder zum Beispiel. Und dann orientiert man sich da ein bisschen. Eine Sache, die man dort sehen kann, ist, wie lang diese Ad schon läuft. Und wenn die einfach schon ein paar Monate läuft, dann ist das der Beweis dafür, dass die sich offensichtlich, oder dass dieser Stil dieser Kampagne, wie sie ihn da fahren, sich offensichtlich einfach gut schlägt, sonst würden die das einfach nicht weiter betreiben. Dann würde man hergehen und würde natürlich dieses Asset für sich selbst im eigenen Stil nicht klauen, sondern einfach nur sich davon ein bisschen inspirieren lassen und diesen Vibe ein bisschen aufgreifen und für sich natürlich produzieren. Und dann würde ich ins Testing gehen. Bestenfalls hat man zwei, drei Assets, die man gegeneinander laufen lassen kann. Im Falle von einer Playlist wäre das zum Beispiel zwar ein festes Video, aber drei verschiedene Tracks, die man darunter legt, die man gegeneinander testet. In dem Falle von einer Single wäre das vielleicht dasselbe Video, aber es wären drei verschiedene Sektionen vom Track, einmal Vers, Pre, Chorus, Chorus zum Beispiel, die man gegeneinander laufen lässt. Und dann würde man diesen klassischen 5-Euro-Test machen. Da gibt man also praktisch auf jedes Ad-Set 5 Euro für 24 Stunden und guckt dann im Anschluss, was hat CPC-technisch am besten funktioniert. Das kann man natürlich alles bis ins Unendliche treiben. Man könnte zuerst das Asset testen und dann die Zielgruppe testen. Also wir wären jetzt an der Stelle, wo wir festgelegt haben, welches Video funktioniert am besten und dann könnte man anfangen zu versuchen, welches Targeting funktioniert denn am besten. Dann ist meine Strategie zum Beispiel, gerade in der elektronischen Musik, lasse ich dann Targetings gegeneinander laufen. Das ist einmal ein Artist-Targeting. Da sind dann zum Beispiel vier Interessens-Targetings drin mit Artists, die eben zu dem Track, zu der Playlist passen. Das zweite Ad-Set wäre dann Genre-Targeting, wo keine Artists drin sind, sondern eben die Genres. Und das dritte Ad-Set wäre dann häufig entweder Blogs, so MyIDM zum Beispiel oder Festivals zum Beispiel. Solche Dinge. Und dann lässt man die auch nochmal für 5 Euro jeweils für 24 Stunden gegeneinander laufen. Und danach hat man eigentlich wirklich ein gutes Bild. Und auch das kann man noch weiter treiben, indem man dann nachher guckt, welche Altersgruppe hat am besten darauf reagiert und wirklich nur noch auf die schaltet. Welches Territory hat am besten reagiert und vielleicht auch nur noch auf dieses schaltet. Weil auch das ist ja ein Learning, was wir hatten. Dass es sich definitiv lohnt, bei einigen Kampagnen, je nachdem was man vorhat, sich vielleicht auch nur auf ein Territory, ein Land zu begrenzen. Definitiv. Und dann hat man, theoretisch gesehen, wenn man es ordentlich gemacht hat, am Ende eine gut performende Ad. Und die lässt man eine Weile laufen, bis sie einfach nicht mehr läuft. Und das ist dann eben diese klassische Zielgruppenermüdung. Da bräuchte man dann einfach ein neues Asset zum Beispiel. Aber innerhalb des Ads Managers, um zu der Frage nochmal zurückzukommen, ich weiß, es ist super umfangreich. Ja, total. Da gibt es natürlich einen Haufen Tipps und Tricks. Und vielleicht ist auch ein Call to Action an der Stelle angebracht. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmte Fragen haben, schreibt uns super gerne eine DM, schreibt uns super gerne eine E-Mail. Wir antworten da wirklich, wirklich gerne drüber. Wir antworten da wirklich, wirklich gerne drauf, sorry. Und, ähm, aber ganz kurz, ein Tipp, der mir ganz wichtig ist. Zwei Tipps, die mir ganz wichtig sind. Im Facebook Ads Manager gibt es so ein paar Toggle-Switches, so ein paar Häkchen, die man setzen kann oder auch nicht. Wo Facebook so Sternchen rangemacht hat, so Advantage-Platzierungen und so Zeug. Überall, wo Sternchen dran sind, bloß nicht draufklicken. Das ist mehr oder weniger so ein bisschen, okay, gib mein Geld einfach aus. Man hat das auch, wenn man das ein bisschen verfolgt hat und sich damit ein bisschen befasst hat, hat man das so richtig mitgekriegt. Und, okay, zuerst waren dann solche Kästchen automatisch vorausgewählt auf einmal, die musste man dann abwählen. Manchmal hat man es verpennt und fragt sich, warum... Und nur über einen Dropdown so gesehen, er ist wieder mit einem Toggle ausschaltbar. Dann ist es auf einmal irgendwann mal fett gedruckt, so, um die Intention zu haben, draufzuklicken. Und jetzt sind eben so Sternchen dran. Also, wenn da so Sternchen dran sind, bitte, bitte einfach nicht klicken. Genau. Und der zweite Tipp ist, lasst unbedingt dieses Audience-Network weg. Ich weiß, das ist jetzt schon super in-depth, aber wenn sich das jemand anhört, der weiß, wovon wir sprechen, dann weiß er auch, was das Audience-Network ist und das würde ich rauslassen. Das ist praktisch externes Marketing, womit er einfach Zugriff hat auf bestimmte Android-Apps zum Beispiel. Und dann kriegen irgendwelche Leute, die Clash of Clans spielen, irgendwie, wenn sie die App aufmachen und eigentlich irgendwie ein bisschen auf dem Handy zocken wollen, halt dann eine Single ausgespielt. Und das ist einfach der falsche Touching-Point, meiner Meinung nach. Ja, absolut. So viel zum Thema Facebook Ads Manager. Es ist wirklich wahnsinnig umfangreich, aber ihr hört es schon, das ist auch eine große Leidenschaft von mir. Aber es gibt ja jetzt diesen zweiten großen Konkurrenten, der TikTok-Ads-Manager. Genau. Und das ist ja auch so eine Sache. Hast du da mal was gemacht schon? Also ich persönlich habe noch nichts gemacht. Wir haben ja... Wir haben es versucht. Genau, wir haben es versucht. Das ist aber jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Monate oder ein paar Wochen her. Hat ja, glaube ich, für uns erstmal sehr vielversprechend sich angeschaut und angehört, was da für Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung gestanden sind. Du konntest ja, glaube ich, auch nochmal viel, viel tiefer in die Demografie, glaube ich, reingehen, in die Interessen etc. Ich glaube, die Ads-Performance an sich hat aber, glaube ich, warum auch immer, nicht so gut performt wie jetzt beim Meta-Ads-Manager. Ich glaube, das Problem war, dass die Conversion nicht da war. Also, um das kurz aufzugreifen, der große Vorteil im Targeting war das Hashtag-Targeting, was sonst niemand hat. Und natürlich so ein riesengroßes Game auf TikTok ist. Also, da hat man auch dieses ganze Interessen-Targeting, was man ja von den anderen Plattformen schon kennt, ist ja auch alles cool. Aber dieses, ich kriege Gänse auf, wenn ich dran denke, dieses Hashtag-Targeting war wirklich eine große Sache. Da kann man einfach sagen, okay, Hashtag Technolive oder Hashtag Shuffle Dance. Und dann wird es eben theoretisch allen Leuten ausgespielt, die diesen Hashtag oder die mit Content dieses Hashtags interagiert haben. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Monster. Aber als wir es dann versucht haben, CPC war im Grunde genommen super, Klicks waren toll, Conversion hat gefehlt. Also, faktisch bedeutet das, die Leute haben die Ads gesehen, die Leute haben draufgeklickt, sind tatsächlich dahin gegangen, wo wir sie auch haben wollten, haben aber dann zum Beispiel die Conversion im Sinne von Presave oder die Conversion im Sinne von folgender Playlist-Follower einfach nicht gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht sind wir noch nicht tief genug reingegangen, weil... Mit Sicherheit, ja. Es gibt einfach die großen, die Big Fishs im Game, die da ihre Budgets schon rausballern. Jetzt muss man ja aber auch ehrlicherweise dazu sagen, viele, und ich kenne da tatsächlich so ein paar Bekannte, die auch mit wirklich Riesenfirmen zu tun haben, die da Millionenbudgets reinbuttern. Das ist so crazy, ne? Und die befassen sich sehr, sehr oberflächlich nur mit dieser ganzen Thematik, wo ich ehrlich gesagt erschrocken bin jedes Mal darüber, wenn ich da irgendwelche Storys höre. Jetzt könnte man ja natürlich meinen, wenn man es ganz oberflächlich betrachtet, okay, der CPC war, glaube ich, sogar einen Ticken günstiger als bei den Meta-Ads. War es? Aber es hat halt nicht konvertiert. So gar nicht, das ist ja das Ding, gar nicht. Und das ist halt der Punkt, ich glaube, wenn es sich jetzt ein Riesenunternehmen anschaut, was das aber sehr, sehr oberflächlich behandelt, das ganze Thema, oder das vielleicht mit der Werbeagentur zusammenarbeitet, die dann berichten, ja gut, da sind die Klicks halt viel, viel günstiger. Das ist auch eine schöne Zahl zu nennen. Genau, dann klingt das vielleicht erstmal cool, aber du musst dich ja viel, viel tiefer gehen damit befassen. Und was wir ja auch gemerkt haben, egal welcher Ads-Manager es war, sei das jetzt auch später vielleicht, wenn wir nochmal drauf eingehen, was Google Ads angeht, im Bereich jetzt auf YouTube-Videos etc., die Zahlen, die daraus generieren, sind vielleicht augenscheinlich ganz interessant und ganz cool. Ich hatte jetzt auch bei TikTok tatsächlich jetzt nicht über den Ads-Manager Sachen gepusht bei mir, sondern einzelne Videos. Und was mich dann immer erschreckt, wenn ich damit zu tun habe, ist, dass die Sachen dann zwar den Leuten ausgespielt werden, aber sehr, sehr komischen Leuten, sehr, sehr dubiosen Profilen. Das sind dann Profile, die teilweise, keine Ahnung, 9000 Leuten folgen. Ich glaube, bei TikTok geht es sogar, dass du so vielen Leuten folgst. Aber das ist dann schon sehr, sehr dubios. Also du merkst richtig, okay, das ist entweder irgendwie ein Fake-Profil oder es ist irgendwie ein Profil, was Bots benutzt, whatever. Sprich, das ist dann auch vielleicht, obwohl wir die Target-Audience relativ eng gefasst haben, werden diese Assets-Profilen ausgespielt, die oftmals inaktiv sind, die gebottet sind, die Fake sind, whatever. Es gibt ganz böse Stimmen, die sagen, die sind so schon inszenierte Accounts von den Plattformen, einfach nur, um deren Werbung da auszuspielen. Und das wäre schon sehr tragisch, aber das ist nur ein Gerücht. Genau, reine Mutmaßung an der Stelle, aber deswegen muss ich, glaube ich, wirklich sehr, sehr tief auch mit der Materie befassen, um auch nachher entscheiden zu können, okay, die und die Erwerbeanzeige führt tatsächlich auch wirklich zu einem richtigen Superfan oder zu einem Follower am Ende oder was auch immer ich dann eben versuche zu erzielen mit meiner Erwerbeanzeige. Aber ich glaube vor allem hier kommt dann diese langfristige Strategie ins Spiel. Und ich habe es vorher schon mal ein bisschen angerissen, das ist im Meta-Ads-Manager sowie auf TikTok möglich, sich diese Custom-Audiences zu erstellen und daraus dann Lookalikes zu erstellen. Ich weiß, das klingt jetzt alles nach totalem Fachchinesisch, aber schlussendlich ist es das, was ich vorher gesagt habe. Wir bewerben einen Song für 10 Euro, der erreicht 10.000 Leute. Und das ist ein Video zum Beispiel, ein Video geht 30 Sekunden. Und von diesen 10.000 Leuten haben 2.000 Leute das Video zu 75% zum Ende geguckt. Und wer so ein Video zu 75% bei der heutigen Aufmerksamkeitsspanne anschaut, der scheint ja wohl Interesse zu haben. Und was man jetzt mit diesen Custom-Audiences macht, mit diesen, ich sag mal, das ist wie so eine Auffangschale, so eine Custom-Audience. Da kann man dann sagen, okay, ich möchte gerne alle Leute sammeln, die mein Video zu 75% oder mehr angeguckt haben. Also 75% bis zum Ende. Und wie gesagt, du schaltest da deine Ad, gibst 10 Euro aus, 10.000 Leute, 2.000 davon gucken es zu 75% oder bis zum Ende. Also 2.000 Leute davon sind offensichtlich interessiert. Und die fängst du auf in dieser Custom-Audience. Und dann hast du 2.000 Leute, die potenziell interessiert sind. Und jetzt kommt diese Langfristigkeit ins Spiel. Das machst du mit dem nächsten Video, mit dem nächsten Video, mit dem nächsten Video. Und du machst jeweils eine Kampagne auf die alte Zielgruppe, die ja schon bewiesen hat, dass sie Interesse hat an deinem Song, an dir, an deinem Artist, an deinem Label, an deiner Playlist. Also machst du einmal eine Kampagne Retargeting, praktisch, dass sie es wieder sehen, auf die alte Zielgruppe. Und generierst du eine neue Zielgruppe, wo sich dann wieder rausstellt, wer hat Interesse und wer hat kein Interesse. Und auch diese neue Zielgruppe fällt dann wieder in diese Auffangsschale dieser Custom-Audiences. Und so ist, das ist praktisch die Theorie dahinter, diese Superfans zu generieren. Weil am Ende, wenn du das für 10 Ads machst, für 10 Singles, für 10, was auch immer man gerade eben bewirbt, dann hat man theoretisch, je nach Budget, am Ende einfach einen Pool an Leuten, die von Anfang an bewiesen haben, dass sie Interesse daran haben. Und an die kann man dann vielleicht am Ende zum Beispiel ein ganzes Album ausspielen und sagen, hey, ihr habt schon so viele Touching-Points mit mir gehabt, hier ist jetzt mein Album, viel Spaß damit. Das funktioniert im Übrigen, ich habe es ausprobiert, genauso gut mit Reels. Möchte man jetzt seine Influencer-Karriere ein bisschen drücken zum Beispiel, funktioniert das genauso gut. Also man macht es dann eben auf jedem Reel oder auf jedem Short-Form-Video, wie man es jetzt auch nennt. Und es poolt sich da eben diese Leute, die ihr Interesse bewiesen haben, zusammen und zeigt das denen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und hat eben so mehrere Touching-Points mit denen. Und ich habe da immer dieses Beispiel. Du fährst durch Stuttgart. Und am Eingang von Stuttgart siehst du, weiß ich nicht, an irgendeiner Straßenseite ein Konzertplakat. Eins. Und dann siehst du es nie wieder. Du bist dran vorbeigefahren, hast es irgendwie 0,3 Sekunden so gerade so im Augenwinkel mal wahrgenommen. Das bringt genau gar nichts. Wenn du jetzt aber weiter durch Stuttgart fährst und hier ist das Plakat und hier ist das Plakat und hier ist das Plakat und hier ist das Plakat, dann hast du es irgendwann im Kopf, hast es irgendwann mal gelesen, hast es irgendwann mal aufgefasst. Und das ist diese Idee mit diesen Custom Audiences und diesem Retargeting. Und das ist eben das, wo ich sage, ich glaube, heutzutage macht es nur noch so Sinn, seine Kampagne zu stricken, statt wir haben jetzt eine Single, pushen da einen Haufen Budget drauf und dann ist gut. Ich glaube da, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, ehrlich gesagt. Da ist der Streuverlust halt relativ hoch. Riesig. Und wie gesagt, was ich halt da super erschreckend fand, zuletzt eben bei diesen einfachen, hey, ich habe ein TikTok-Video hochgeladen und dann gibt es da die Bewerbungsfunktion in der App selbst, also außerhalb des Ads-Managers. Und da kannst du ja einfach festlegen, okay, ich möchte Kommentare, ich möchte Likes, ich möchte Follower, ich möchte Shares, whatever. Du bekommst, wonach du fragst. Ja, aber du bekommst dann auch nur das, wonach du fragst. Du bekommst, wenn du Likes boost, nur Likes, aber du bekommst keine Kommentare, du bekommst keine Follower. Und dann finde ich, frage ich mich natürlich, okay, ist es so ausgereift, dass die praktisch die Follower genau so kennen, dass sie praktisch dann nur den Leuten das ausspielen, die regelmäßig liken, aber in der Regel nicht Followern und keine Kommentare schreiben. Weil in der Regel würdest du sagen, okay, wenn du dann auch, keine Ahnung, 200, 300 Euro dafür ausgibst, von diesen 50.000 Menschen, die du da erreichst, wahrscheinlich noch mehr, wird es ja sicherlich ein paar auch geben, die dann kommentieren. Ja, eigentlich, aber das ist ja auch das, was wir privat ja auch ständig haben, dieses, wer macht denn sowas? Also wer sieht denn so ein Video oder sagen wir, wer liked so ein Video, aber folgt dann zum Beispiel nicht? Oder wer besucht denn die Seite und folgt dann nicht? Und klar, es gibt immer jemand und es gibt immer Leute, die das genau so machen, aber sobald es in so einem bestimmten Volumen stattfindet, ist das schon ein bisschen eigenartig. Und ganz dramatisch finde ich es, und da kenne ich auch so ein paar Künstler aus meinem Umfeld, die haben Follower-Kampagnen geschaltet auf TikTok. Die haben jetzt 15.000, 20.000 Follower auf TikTok, wo jeder sagen würde, okay, erstmal echt eine ganz, ganz coole Zahl, aber die erreichen niemanden in ihren Videos, niemanden. Weil diese Follower einfach total tot sind, ich hatte das ja auch mal eine Zeit lang getestet mit, glaube ich, 100 Euro, hab dann auch relativ schnell, glaube ich, 2.000, 3.000 Follower bekommen. Also ich bin mit wenig Budget relativ schnell an die Zahl gekommen, weil Instagram und Co. hätte ich da deutlich mehr Geld dafür ausgeben müssen. Bin dann aber einfach mal meine Follower durchgegangen und hab die dann einfach händisch auch rausgeschmissen, weil ich gesagt hab, hey, nachher werden meine Videos diesen toten Followern im Endeffekt ausgespielt. Und dann bin ich für immer eigentlich in diesen 200, 300 Views gefangen, weil natürlich der Audience, der mein Video als erstes ausgespielt hat, die interagiert gar nicht. Und wenn sie nicht interagiert, geht es nicht weiter. Und natürlich dann schickert es den Algorithmus nicht und es geht einfach nicht weiter. Und dann muss man sich natürlich erstmal genau einfach mit der Materie befassen und das meinte ich auch vorher mit dem ganzen Thema, ich glaube, dieses Verständnis für die Custom Audience, das darauf aufzubauen, so wie du es eigentlich beschrieben hast, das haben halt trotzdem nicht viele. Und vielleicht an der Stelle dann auch der Tipp an alle, die zuhören und da zuschauen, da lohnt es sich wirklich dann auch einfach mal die Zeit zu investieren, vielleicht auch mit Leuten zu sprechen, wie mit dir, wie mit uns, die da einfach vielleicht schon die ein oder anderen Erfahrungen gemacht hat. Und ja, deswegen. Es stellt sich ja auch genauso wie in unserer letzten Episode und wie so oft auch die Frage, was soll man denn noch alles machen? Du machst Musik, du mixest, du masters es, du hast vielleicht irgendwie noch deine eigenen Artworks, deine eigenen Videos und jetzt sollst du dich auch noch mit dem Ads Manager auskennen. Also es ist einfach sehr, 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 sehr umfangreich. Ich glaube, wir haben da persönlich ein bisschen Glück, dass wir da einfach Nerd sind, aber man muss sich da meiner Meinung nach, man sollte sich da reinarbeiten, wenn man kann, aber wenn nicht, dann würde ich mir da einfach Hilfe holen, wenn das Budget da ist, weil es lohnt sich tatsächlich. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich habe einen Priorelease, ich habe ein Album zum Beispiel und ich möchte das bewerben, dann ist man wirklich hundertmal besser aufgestellt. Man spricht mit jemandem, der sich auskennt, bezahlt dem ein bisschen Geld, statt das Budget einfach rauszuhauen mit so Halbwissen und das ganze Ding dann am Ende an die Wand zu fahren. Also da würde ich lieber ein Drittel des Budgets irgendwie beiseite legen und mit jemandem drüber quatschen, der sich wirklich auskennt und da irgendwie eine Strategie zur Verfügung stellen kann. Und wenn es nur eine Stunde ist, so wie in dem Podcast jetzt hier zum Beispiel, ich glaube, das hilft wirklich schon extrem. Also würde ich jedem empfehlen. Ich verstehe schon, wenn man dafür keine Zeit hat, das ist wirklich so wahnsinnig umfangreich und es kostet auch unheimliches Lehrgeld. Also was wir an Werbebudget ausgegeben haben, jetzt nicht nur mit Dictis, sondern auch privat für unsere eigenen Artist-Projects, nur um Zeug zu testen, ist ja, das kannst du ja eigentlich keinem erzählen. Ja, das ist echt verrückt, ja. Also es ist natürlich auch, das macht auch ein Stück weit süchtig fast schon, weil du natürlich, also darf man gar nicht so sagen. Wie so eine Slot-Maschine. Es ist halt so, du arbeitest natürlich immer an deiner Ads-Performance und du willst natürlich irgendwie das Maximum rausholen. Und wenn dann die Ad irgendwie ein bisschen schlechter läuft, dann versuchst du es irgendwie anzupassen, steckst nochmal mehr Geld rein. Das ist auch so ein Ego-Ding. Ja, eben. Kann ich mir jetzt nicht gefallen lassen so. Ja, aber ja, ganz wichtiger Punkt, klar, wenn man nicht die Zeit oder auch nicht die Ressourcen hat, also irgendwie sich selber mit zu beschäftigen, dann irgendwie sich Hilfe zu holen, ist auf jeden Fall, sehe ich auch so. Also ich glaube halt, wie gesagt, nur, man muss dann aufpassen, dass man nicht zu so einer Werbeagentur oder zu so einem scheinbar Experten kommt, der dann einfach nur sagt, okay, der CPC ist jetzt bei fünf Cent. Ja, ja. Mega cool, aber wenn es nachher dann nicht konvertiert, dann ist es trotzdem rausgeschmissenes Geld. Ich glaube, die beste Art und Weise ist ein bisschen, sich in seinem Umfeld einfach umzuhören und zu hören, was haben die anderen gemacht? Kennen die da vielleicht jemanden, der jemand kennt, der jemand kennt? Es ist schon wichtig, dass man innerhalb der Branche auch stattfindet und genau weiß, was abgeht. Also wir wissen ja auch so ein bisschen von Leuten, die so im Umlauf sind, die das können. Also es spricht sich ja auch schon rum. Hey, ich kenne da jemand, der kann dir da helfen und so weiter. Also gerade da würde ich mich einfach auch mal ein bisschen umhören. Aber schlussendlich ist auch das wieder das Thema, von dem wir es auch im letzten Podcast wieder hatten. Und da sitzt man irgendwie Tage, Wochen, Monate an seiner Produktion, sitzt am Mix, hat sich zwölf Millionen Videos angeguckt, wie jetzt Kick und Bass in Relationship im Mix ordentlich stehen und so weiter. Dein Master und hast dir da wirklich einen abgebrochen und saß da wochenlang dran. Und dann ist es Marketing, glaube ich, einfach nicht zu vernachlässigen. Also für mich ist es absolut 50-50 in Effort. Vielleicht sogar mehr, ja. Meiner Meinung nach und ich finde es nicht gut, aber es ist, glaube ich, tatsächlich einfach so, dass mittlerweile, glaube ich, Marketing fast schon 60-70 Prozent einnimmt. Also klar, die Nummer muss stark sein, aber wenn ich teilweise irgendwie freitags meinen Release-Radar aufmache, dann bin ich erschrocken, wie teilweise schlecht produziert und schlecht geschrieben die Sachen sind, aber trotzdem einfach erfolgreich sind, weil einfach dahinter Marketing-Maschinerien laufen, die unfassbar durchdacht sind, wo Branding-technisch einfach viel durchdacht wird und richtig gemacht wird. Deswegen ist es so dramatisch und furchtbar, dass es eigentlich auch klingt, aber ich glaube, der Musikanteil hat immer weniger Relevanz tatsächlich. Verstehe, ja klar. Zumindest so nehme ich das wahr. Es tut diesem puristischen Herz ein bisschen weh. Total. Im Sinne von, ja, eine gute Nummer wird sich durchsetzen und ich persönlich glaube weiterhin, dass ein absolut wahrer Hit nicht aufzuhalten ist, egal was man macht. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass eine Nummer, die vielleicht so lala ist, dass man der mit Marketing schon wirklich stark nachhelfen kann. Und ich glaube, es macht schon Sinn, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber was vielleicht auch an der Stelle ganz wichtig ist zu sagen, man braucht da keine tausende Budgets. Man kommt da in seiner Bubble, in seiner Größe, einfach da, wo man steht, mit dem, was man hat, kommt man schon ganz okay weit. Also da geht schon was. Wenn du auf jedes, sagen wir, du machst diese Real-Strategie, diese Short-Form-Video-Strategie und sagst, du willst einfach jedes ein bisschen pushen, dann reicht da wirklich ein Zehner pro Video. Und das ist völlig in Ordnung. Das passt und du wirst dieses Wachstum sehen und das wird funktionieren. Und dann ist es ja auch dann wie so ein kleiner positiver Feedback-Loop. Das funktioniert mit einem kleinen Budget, dann wirst du vielleicht ein bisschen mutiger, kriegst vielleicht ein bisschen größeres Budget. Dann wächst du, wächst du, wächst du, wächst du und am Ende läuft es vielleicht auch ein bisschen von selber. Dann kommen Brands auf dich zu, durch die du wieder mehr Budget generierst und so weiter. Das ist eine wahnsinnig tolle Angelegenheit. Aber ich verstehe schon, dass es anfangs einfach gruselig für viele ist. Ich finde den Gedanken auch an sich schön, dass, so wie du sagst, du brauchst nicht viel Budget. Es reicht, wenn du irgendwie 100 Leute erreichst mit einem Song. Und wenn der Song bei den 100 Leuten resoniert, wird es eigentlich, also so kenne ich das zumindest auch, und so war es ja auch in der Vergangenheit relativ oft, dann wird er gespreadet unter den 100 Leuten. Und dann erreichten die 100 Leute wieder tausende Leute. Im Best Case, ja. Sprich, es kann ja schon, auch wenn nur eine richtige Person am Ende dabei ist, die das wiederum spreadet, ist deine Werbeanzeige erfolgreich gewesen, finde ich. Richtig, bringt den Schneeball einfach schon ins Rollen. Richtig, ja. Und das ist schon cool. Vielleicht noch kurz, um von den ganzen Ads-Managern mal kurz wegzukommen. Was haben wir denn noch für Optionen? Lass uns vielleicht ganz kurz noch über Google Ads quatschen. Das würde man ja heute irgendwie primär im Kontext von YouTube-Ads machen. Richtig? Ja. Auch da tatsächlich, ich hatte das jetzt auch schon auf einzelnen Videos getestet, du ja auch. Ja. Und was ich halt einfach festgestellt habe, ist, dass natürlich irgendwie Views generiert werden, aber auch da haben wir wieder das Problem, es ist halt nichts Nachhaltiges so wirklich. Dann hast du nachher irgendwie 300.000 Views auf dem Video und zwölf Kommentare. Richtig. Was ich jetzt nur gemerkt hatte, ich hatte jetzt zuletzt auch einen Remix von mir auf YouTube promotet über Google Ads und habe da relativ schnell, glaube ich, auch an die 200.000 Views generieren können. Und wurde dann praktisch unter dem Keyword so gesehen, wenn ich dann den Remix oder den Originalkünstler gegoogelt hatte, wurde ich dann relativ weit oben gerankt und habe dadurch dann wiederum organische Aufrufe erzielt. Das war wirklich positiv, also das kann man auch sicherlich so weitergeben und auch empfehlen. Aber ich glaube, man darf sich da jetzt nicht zu viel von... Richtig. Also auch hier wieder, man bekommt einfach, wofür man bezahlt. Wenn man für die Aufrufe bezahlt, schlussendlich, kriegt man die Aufrufe, aber halt keine Subscriber, wenig Kommentare. Aber ich finde das wirklich einen wichtigen Faktor, den du gerade angesprochen hast und es ist ja auch das, woran wir jetzt schon eine ganze Weile gearbeitet haben, ist das Werbebudget und das Marketing als Vehikel zu nutzen, um ein besseres Suchranking zu bekommen. Es funktioniert ja genauso gut auf Spotify, wie du gerade sagst, es funktioniert auf YouTube und auf Google selbst ja sowieso, dass man eben durch mehr Interaktion auf dem Content das höhere Ranking innerhalb des Themas bekommt und so eben diesen organischen Schneeball ins Rollen bringt. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein bisschen der Hauptgewinn. Wenn man das mit großen Keywords, großen Themen ins Rollen kriegt, dann kann da echt ordentlich was passieren. Total. Okay, das waren die Ads Manager, also TikTok, Google, Facebook und Meta. Was gibt es denn da zur Zeit noch? Was fällt dir noch ein? Weil, also das sind so die hauptsächlichen Bereiche, wo ich mich bewege. Ja. Was gibt es denn noch? Es gibt noch Spotify-Marki. Ist ein Tool, was es ja wirklich auch schon seit, glaube ich, zwei, drei, vier Jahren gibt. War ja lange Zeit auch nur wirklich, sag ich jetzt mal, Labels, Künstlern vorbehalten, die riesen Reichweiten hatten, die riesen Budgets auch hatten. Ich glaube, da hat damals die Kampagne bei 5000 Euro Mindestbudget angefangen. Ja. Also musst du schon relativ viel Geld in die Hand nehmen. Kurz zur Erklärung, was ist Spotify-Marki? Das ist im Endeffekt, jeder hat es wahrscheinlich schon mal gesehen oder schon mal erlebt, hat die Spotify-App geöffnet und dann springt im Endeffekt direkt so ein Pop-Up an. Das neue Album von Künstler XY streame jetzt. Und dann musst du es entweder auf unten auf Abspielen klicken oder eben oben relativ versteckt, oben rechts, so ein Exit-Button, wo du es dann schließt. Du musst aktiv werden, das ist schon stark. Du musst es aktiv werden. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur ein Banner, was unten einfliegt oder rechts an der Seite irgendwie auf der Desktop-App angezeigt wird, sondern du musst wirklich im Mobilen auf entweder Abspielen oder eben auf Schließen klicken. Wie gesagt, es war lange Zeit ja wirklich nur Künstler, Künstlerinnen und Labels vorbehalten, die richtig viel Budget in die Hand nehmen wollten. Mittlerweile versuchen sie es ja, glaube ich, auch über verschiedene Territorien breiter auszurollen. Also sprich, dass dann auch einzelne Künstler, Künstlerinnen, ja auch in ihren kleineren Zielgruppen praktisch diese Marquis-Apps schalten können. Ist aber, glaube ich, nur in Amerika aktuell verfügbar, UK. Ich glaube, man braucht eine US-Kreditkarte dafür. Genau, die Kreditkarte ist es. Und dann kannst du das tatsächlich selbst eigenständig über Spotify for Artists buchen. Jetzt ist es natürlich aber auch so, Spotify stellt es tatsächlich frei, auch über die US-Kreditkarteninhaber hinaus das zu buchen. Brauchst aber dann einen Vertrieb, wie es wie einer sind, die dann den Kontakt herstellen. Und auch da brauchst du dann trotzdem eine gewisse Zielgruppe. Also du musst ein gewisses Grundrauschen schon auf deinem Profil haben. Ansonsten kommst du auch gar nicht in diesen Pool von Künstler, Künstlerinnen rein, die diese Möglichkeit haben. Du hast also gar nicht für das Programm angenommen schlussendlich. Ich glaube, du brauchst mindestens 50.000 Leute in deiner Zielgruppe aus einem gewissen Territorium. Und dann kannst du tatsächlich, und das fand ich auch sehr interessant, kannst du gewisse Leute targeten. Also sprich, ich glaube, Leute, die in den letzten 30 Tagen mindestens irgendwie einen Song von dir gehört haben. Du kannst sagen, irgendwie mindestens Leute, die mit zwei oder mehr Songs interagiert haben. Also du kannst relativ ins Detail gehen und auch wirklich die Leute ansprechen, die schon mal mit deiner Musik in Berührung gekommen sind, was ich sehr interessant fand. Wir hatten das jetzt auch vereinzelt ja schon getestet mit ein paar Künstlern. Hat aber nur so semi-gut performt, leider. Muss man vielleicht aber auch einfach nochmal eine Chance in dem Ganzen geben. Der CPC war relativ schlecht. Ja, der ist ziemlich hoch. Genau. Da hatten praktisch andere Labels dann bessere Erfahrungen gemacht mit dem Meta-Ads-Manager und haben dann auch gesagt, hey, das Geld lohnt sich da eher dann in Meta-Ads zu investieren als jetzt in Marquee. Obwohl es ja den Leuten so prominent angezeigt wird. Also entweder hat da was mit der Ausspielung, funktioniert aktuell noch nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Oder eben man muss es einfach noch viel, viel weiter testen. Und es ist natürlich, ich könnte mir vorstellen, es ist auch ein Reporting-Problem. Klar ist es jetzt einfach zu sagen, okay, CPC einfach ein bisschen teuer und dementsprechend lohnt es sich nicht. Aber sagen wir, du zahlst, weiß ich nicht, was zahlst du in einer guten Kampagne auf Meta für einen CPC gerade in einem günstigen Territory. Sagen wir mal 8 Cent. 8 Cent pro Link-Klick, dass eine Person dahin geht, wo du sie gerne hättest. Der CPC in den Marquee-Ads war ja wirklich deutlich, deutlich höher. Also irgendwas zwischen 50 Cent und 2 Euro. Ja. So was. Klar ist es jetzt einfach zu sagen, aber wenn du jetzt 50 Cent bezahlst, für einen Klick zum Beispiel, aber es ist halt direkt auf der Plattform und diese Person hört sich deine Musik an und bleibt dann aber bei dir, dann ist es vielleicht schon was wert. Es ist nur ein kleines Reporting-Problem, dass du es halt einfach nicht so gut verfolgt kriegst. Klar, du siehst nachher im Reporting wahrscheinlich, ich habe nicht reingeguckt, siehst du wahrscheinlich, wie viele Leute haben geklickt, wie viele Leute haben es tatsächlich angehört und so weiter. Aber diese weitere, ich sag mal im Produkt-Marketing-Jargon-Customer-Journey, die ist ja unklar. Klar. Und wenn da einfach so ein längerer Value auf diese Person ist, die eben diese 50 Cent gekostet hat, dass sie drauf klickt, dann könnte sich das schon lohnen. Aber in dem Moment, wo wir das nicht nachverfolgen können oder nicht nachvollziehen können, ist es schon schwierig darzustellen. Das kann man vielleicht, wenn man alleine im Team ist, mal machen, mal ausprobieren. Aber spätestens, wenn du jetzt bei einem Label arbeitest und musst da dem Label-Head nachher berichten, wie es war, wird der dann unter Umständen auch sagen, ey, warum? Wenn es einfach so schlecht nachweisbar ist, was jetzt der tatsächliche Nutzen davon war. Das Ding ist ja auch, ich meine, wir hatten es vorher ja auch erwähnt, CPC ist ja nicht alles. Ja, eben. Lieber habe ich dann einen höheren CPC, also gebe deutlich mehr Geld aus für den Klick, wenn der Klick dann nachher auch wirklich konvertiert und derjenige dann auch tatsächlich meine Musik hört, die bei sich abspeichert, das wirklich ein realer Nutzer ist in dem Fall. Ja. Deswegen, ich glaube, man muss da einfach viel mehr Tests noch fahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es langfristig sehr, sehr interessant für Spotify sein wird. Ich hoffe doch. Wir sehen, wie viel oder was für ein Fokus bei Meta auf diesem Ads-Manager liegt und auf diesen kompletten Ads. Klar, es ist das ganze Business-Modell. Richtig, ja. Und ich meine, wir wissen alle, dass Spotify ja jetzt auch Probleme hat, konstant schwarze Zahlen zu schreiben. Dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass da langfristig auch deren Fokus drauflegen wird, weil ich meine, in dem Markt, im Musikmarkt aktuell, wo so viel Musik veröffentlicht wird, jeden Tag, ist das ja am Ende gegebenenfalls der Schlüssel oder zumindest ein Tool, was viele Künstler, Künstlerinnen nutzen werden, um Aufmerksamkeit für sich zu generieren. Es ist ja schon auch einmalig. Es ist dicht an der Plattform. Genau. Und das ist ja der große Punkt. Es ist einfach einmalig, direkt auf der Plattform einen User schon zur Conversion zu bringen. Weil das ist ja so ein bisschen das Hauptproblem mit jeder Plattform, die man hat. Egal, ob du jetzt dein YouTube-Video hast oder dein TikTok-Content oder deine Instagram-Posts. Es ist wahnsinnig schwierig, die Leute von einer Plattform auf die andere zu kriegen. Und das ist nun mal für uns als Label-Heads, für uns als Musikerinnen, als Musiker, eigentlich die Hauptagenda, an jeder Ecke zu sagen, hey, geht mal da rüber und hört euch meine Musik an. Und dementsprechend kann Spotify und Marquis und Spotify-Ads schon Game-Changer sein, wenn sie es ordentlich machen. Und aktuell ist es ja noch eine Marktlücke. Soweit ich weiß, macht Apple Music das nicht. Ich weiß, dieser hat es eine Zeit lang gemacht. Bin ich sicher, ob die es noch aktiv machen oder wie effektiv auch das gewesen ist. Aber wenn das wirklich ausgearbeitet wird und der breiten Masse zur Verfügung gestellt wird, dann ist es, glaube ich, ein riesengroßer Driver auch für Spotify. Weil wir alle wissen nicht, was in der Zukunft kommt. Ich gehe davon aus, jeder muss sich so gut wappnen, wie es nur geht, weil dieser Lifecycle geht ja auch nicht ewig. Also MP3 war irgendwann vorbei, CD war irgendwann vorbei, iTunes war irgendwann mehr oder weniger vorbei. Und genauso wird meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, Streaming sich auch wandeln in das nächste Modell. Und ich glaube, das kann man so lange wie möglich zurückhalten, indem man eben solche Innovationen auf der eigenen Plattform hat. Und ich persönlich mit der großen Leidenschaft zu dem ganzen Thema hoffe natürlich, dass es so ein ganz wildes Ding wird, wo man dann ganz tief reingehen kann ins Targeting und dann viele verschiedene Dinge testen kann. Ich meine, es ist ja auch trotzdem einmalig, dass du dann gezielt deine Hörer ansprechen kannst. Also aktuell haben wir ja im Endeffekt nur die Möglichkeit, klar über die Algorithmen, die es da eben auf der Plattform gibt, die Leute anzusprechen oder über einen Release-Radar, wenn sie dir folgen. Aber ansonsten hast du ja gar keine Möglichkeit, so wirklich zu interagieren oder deine Musik nochmal bei den Leuten vorzustellen, die vielleicht schon mal mit deiner Musik interagiert haben. Und das sehe ich als riesen Benefit. Also vielleicht auch nochmal an der Stelle an alle unsere Labels, an unsere Künstler, Künstlerinnen, falls ihr das testen möchtet, dann könnt ihr jederzeit uns kontaktieren. Also wie gesagt, aktuell ist es über Spotify for Artists nur Künstler, Künstlerinnen mit einer US-Kreditkarte freigestellt, das zu buchen. Aber wir können praktisch euch da den Kontakt herstellen und das dann auch praktisch für euch möglich machen oder so eine Kampagne dann aufsetzen. Genau, also das vielleicht an der Stelle. Aber ich meine, wir sprechen ja darüber, wie wir Musik praktisch platzieren, wie wir das vor die, letztlich die Hörer, Hörerinnen bekommen. Was fällt dir sonst noch so ein, was man machen könnte? Also ich und wir sind ja auch riesengroße Fans von diesem ganzen Playlist-Game. Ganz kurz an dieser Stelle. Es ist immer verlockend, sich auf so eine Playlist mal drauf zu kaufen. Chancen gibt es genug. Die Leute kommen auf einen zu, man findet hier was, findet da was. Wenn ihr ordentliche Promo betreibt und auch Third-Party-Curator anschreibt per E-Mail und sagt, hey, hier ist mein Track, könnt ihr den platzieren? Völlig valide, alles cool. Aber da werden dann auch mal Nachrichten zurückkommen. Ja, Placement kostet 30 Euro für einen Monat in den Top Ten. Don't do it. Erstens, Payola gegen die AGBs von Spotify. Gefällt denen nicht so wahnsinnig gut. Und zweitens, die allermeisten Kuratoren, die Geld dafür wollen, stecken auch Geld in ihre Playlist. Aber ich sage jetzt mal nicht auf dem fairesten Wege. Also ich spreche jetzt nicht von Ads, sondern wenn ihr Pech habt, habt ihr da nachher einen Haufen Fake-Streams drauf, die euch algorithmisch nur wehtun. Die auch nicht abgerechnet werden. Genau. Bots speichern nicht. Bots liken. Bots haben keine Watchtime. Bots besuchen euer Profil nicht. Und all das sind ja so Faktoren, die Spotify auch trackt, um eure algorithmische Performance darzustellen am Ende. Und ausgezahlt werden sie am Schluss auch nicht. Also wenn ihr Pech habt, kriegt ihr von eurem Distro. Das machen wir ja auch, wenn da jemals was ist, wo der Distro euch dann sagt, äh, irgendwas ist da vielleicht ein bisschen verrutscht, guckt doch mal ein bisschen danach. Dementsprechend, wenn es also die Möglichkeit gibt, sich auf so eine Playlist drauf zu kaufen, abgesehen davon, die Kohle holt ihr mit den Streams sowieso nicht mehr rein. Also meiner Meinung nach und meiner Meinung nach lohnt sich das wirklich überhaupt nicht, wie man trotzdem Tracks an Playlisten summiten kann. Da gibt es ja SubmitUp, kennt jeder im Grunde genommen inzwischen. Da gibt es Playlist Push, Song Rocket und, und, und. Das sind alles so Services, die man immer ausprobieren kann. Ich persönlich bin großer Fan von SubmitUp, wenn man einen Track hat, wo es die richtigen Kuratoren dafür gibt, auf der Plattform und wenn der Track die dementsprechende Qualität hat, dann ist SubmitUp eine wirklich tolle Angelegenheit. Ich persönlich, nur meine persönliche Meinung, bin nicht der größte Fan von Playlist Push, weil Playlist Push ist einmal ein festes Kampagnenbudget und du hast nicht die Auswahl, wie auf SubmitUp, dass du selbst entscheiden kannst, welchem Kurator schickst du den Track jetzt. Sondern du zahlst einmal Geld und der Playlist Push-Algorithmus spielt es dann aus an die potenziell richtigen Kuratoren. An der Stelle sei vielleicht auch kurz gesagt, ich selbst bin Kurator auf Playlist Push und kriege dauernd Hip-Hop-Tracks für meine Dance-Tracks angezeigt. Der Algorithmus ist so lala. Also meiner Meinung nach würde ich nicht anfassen. Und dann gibt es Song Rocket. Das ist dasselbe Prinzip wie Playlist Push, nur ist es A, günstiger. Also man kann kleinere Kampagnen buchen, die nicht gleich 200 Euro kosten. Und B, scheint der Algorithmus ein bisschen stabiler zu sein. Wir haben ja auch den Luke auch schon getroffen, der die Plattform macht. Es ist wirklich eine stabile Angelegenheit. Auch da bin ich persönlich Kurator und kriege da also wirklich nie Scheiß angezeigt. Das ist schon cool. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist SubmitUp da immer noch der absolute König, wenn du den richtigen Track im richtigen Genre hast. Ja, vielleicht nochmal auch zur Klarstellung. Auch wenn man dafür Geld bezahlt, du bezahlst ja im Endeffekt nicht für das Placement auf der Playlist, sondern du bezahlst im Endeffekt ja für die Ausspielung an die Kuratoren. Für die gezielte Ausspielung an die Kuratoren. Ja, sorry. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Also das wird dann nicht als Payola gewertet, sondern im Endeffekt ist es ja nur die Bemusterung von den einzelnen Kuratoren. Also diese Plattformen bringen schlussendlich Artists oder Labels und Kuratoren zusammen und Artists und Label bezahlt als Beispiel einen Euro, dass Kurator Luca sich den Track anhört und Feedback schreibt. Aber es gibt natürlich da einfach ein Regelwerk, dass wenn der Track eingereicht wird für dieses Geld, wenn der Track bemustert wird für dieses Geld, dann muss der Kurator eine bestimmte Zeit lang diesen Track hören. Auf Submitab sind es glaube ich 20 bis 90 Sekunden, im Optimalfall 90 Sekunden mindestens und muss dann tatsächlich auch Feedback schreiben. 20 Worte. Copy-Paste ist auch nicht möglich. Copy-Paste ist nicht möglich, geht nicht. Der Jason, der die Submitab-Plattform macht, ist glaube ich auch so ein Code-Wizard. Also völlig verrückt. Und das ist wirklich eine gute Sache, weil die Aufmerksamkeit ist da, die Playlisten sind da. Und klar, am Ende gibt es immer noch keine Garantie, ob der Track dann aufgenommen wird oder nicht, weil es liegt immer noch am Kurator. Und ich glaube, Gesamt-Submitab hat glaube ich eine Approval-Rate von 12% ungefähr. Also auch hier ein bisschen auf die Spirits aufpassen und sich jetzt nicht glauben, da kauft man 100 Credits, schickt es an 100 Kuratoren und hat dann 100 Playlists. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn man gute Musik hat, die wirklich auf Playlisten gut reinpasst, weil der Mix gut ist, weil es laut genug ist, weil der Master passt, weil es gut geschrieben ist, weil die Performance gut ist und, und, und. Und wenn man eben einen Track hat in dem Genre, das von Submitab-Kuratoren tatsächlich auch abgedeckt wird, dann kann man da ernsthaften Erfolg finden. Und ich persönlich bin super dankbar für die Plattform. Ich bin nicht sicher, ob ich da wäre, wo ich jetzt bin mit meinem eigenen Artist-Projekt ohne Submitab. Und, ähm, ja, man hört immer mal wieder so, ah, Submitab ist voll der Scam und ist total scheiße, Bro, und so. Dann denke ich immer, ja, okay, zeig doch mal den Track. Und dann hört man den Track und dann irgendwann so, ja, okay. Ich glaube, das große Problem ist ja dann auch, okay, dann machst du vielleicht Dance, Musik, aber dann kuratierst du irgendwie oder du schickst es im Endeffekt an Kuratoren, die, keine Ahnung, Tech House machen. Ja, man muss da schon vorsichtig sein, ja. Es ist halt, du musst wirklich, glaube ich, und auch da wieder lohnt es sich einfach, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, sich mit der Playlist dann zu befassen, hey, passt mein Track überhaupt da rein? Weil sonst kann ich auch das Geld einfach zum Fenster rauswerfen, also ist einfach so. Und, ähm, an der Stelle auch, wie gesagt, es sind einfach zwei Faktoren, ähm, die den Erfolg auf Submitab ausmachen. Und wirklich, immer wenn man hört, immer wenn irgendjemand sagt, hey, Submitab ist voll dämlich, dann sind es diese zwei Faktoren. Entweder die Strategie ist die falsche, mit falscher Strategie meine ich, die gehen auf Submitab, kreuzen jeden Kurator an, schicken es raus und wundern sich, warum sie nur Absagen kriegen. Die richtige Strategie an dieser Stelle wäre, wirklich ins Detail zu gehen, ähm, und diesen Pitching-Text zu nutzen, man kann den dann kleinen Pitching-Text schreiben, und den Kurator persönlich anzusprechen. Ich sage also, hallo Luca, statt hey there, was auch immer, ne. Und dann sage ich, okay, ich gucke mir die Playlisten von diesem Kurator ganz genau an, und wenn wirklich eine Playlist dabei ist, wo der Track draufpassen sollte, dann nenne ich diese Playlist auch. Ja. Und dann sage ich, statt hey there, here's a track for your Playlist, sage ich, hey Luca, here's a track for deine UK House Piano House Playlist. Ähm, ich habe diesen und diesen Track da drauf gesehen, ich mache ganz ähnliche Musik, deshalb finde ich, dass es gut passt. Ja, perfekt. Würde ich sofort reinhören. Und dann schickst du es ab und so funktioniert das auch. Du musst nur wirklich auch auf du und du mit jedem Kurator gehen und wirklich genau reingucken. Und das braucht einfach seine Zeit. Das ist Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei ist, wie gerade schon gesagt, manchmal ist die Musik einfach nicht ganz gut genug, um da kuratiert zu werden. Das ist einfach so. Wir befinden uns auf einem Level, da kann man einfach nicht mehr schlafen. Ja. Ja. Ist leider so. Ist leider so. Alright. Ich glaube, wir sind soweit, glaube ich, am Ende unseres Podcasts. Ich glaube auch. Wir überlegen uns tatsächlich auch in der Zukunft so eine wirkliche Q&A-Session zu machen. Wäre mega. Deswegen, falls ihr Fragen habt oder irgendwelche, ja, ja, Unklarheiten im Bezug jetzt irgendwie auf Musikmarketing oder auf die Musikindustrie als solches, dann schickt uns die gerne, entweder per DM. Ich meine, ihr findet uns auf jeden Fall über die Socials. Und dann nehmen wir uns die Fragen an und gegebenenfalls machen wir dann eine ganze Folge einfach mal Q&A. Bin schon richtig gespannt, was da alles kommt. Genau. Aber in diesem Sinne, ja, habt eine tolle Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dann.